Die Verbotene Stadt befindet sich im Zentrum Pekings. Dort lebten und regierten bis zur Revolution 1911 die chinesischen Kaiser der Dynastien Ning und Kuying. Der einfachen Bevölkerung war der Zutritt verwehrt, was den Namen Verbotene Stadt erklärt. Die Verbotene Stadt liegt am nördlichen Ende des Tiananmen Platzes. 1987 wurde sie von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Die Verbotene Stadt stellt ein Meisterwerk der chinesischen Architektur dar. Ihre Anlage entsprach der Weltsicht der kaiserlichen Herrscher. Ein annähernd rechtwinkliger Grundriss ausgerichtet entsprechend dem Prinzip von Ying und Yang an der Nord-Südachse und die Verbotene Stadt als Machtsymbol des Kaisers in der Mitte. In ihr befanden sich unter anderem die Paläste der Herrscher. Die Dächer der meisten Hauptgebäude waren teilvergoldet und mit in Gelb der Symbolfarbe des chinesischen Kaisers glasierten Ziegeln gedeckt. Kein Gebäude in Peking durfte die Verbotene Stadt in der Höhe überragen. Geschichte Jungel, der dritte Ming-Kaiser, begann 1406 mit dem Bau der Verbotenen Stadt. Zeitweise sollen eine Million Sklaven und mehr als 100.000 Kunsthandwerker daran gebaut haben. Nur durch solch einen Aufwand ist es verständlich, dass der Bau schon 1420 abgeschlossen werden konnte. Jungels Nachfolger konstruierte den Palast zwar in seinem Sinne um und erweiterte ihn noch. Am Grundriss veränderte aber weder er noch ein anderer Kaiser etwas. Daher ist die Anlage noch in ihrer ursprünglichen Weise streng an der Nord-Südachse ausgerichtet erhalten. Von 1420 bis 1644 war die Verbotene Stadtsitz der Ming-Dynastie. Im April 1644 zog der Bauernführer Li Zizheng in Peking ein und erklärte sich zum Kaiser. Der letzte Ming-Kaiser Chorzhen erhängte sich. Bald musste Li Zizheng jedoch vor den Mannschuss unter dem Kommando von General W.U. Sangui fliehen, welche die Verbotene Stadt darauf großteils in Brand setzten. Im Oktober 1644 wurde nach dem endgültigen Sieg der Mannschuss im nördlichen China eine Zeremonie in der verbotenen Stadt abgehalten, bei welcher der sechsjährige Shansi zum ersten Kaiser der Kuwing-Dynastie ausgerufen wurde. Die Herrscher der Kuwing-Dynastie änderten die Namen der wichtigsten Gebäude, wobei anstelle des Konzepts der Suprematie dasjenige der Harmonie betont wurde. 1860 besetzten britisch-französische Truppen die Verbotene Stadt bis zum Ende des Zweiten Opiumkrieges. 1900 floh die Kaiserin Witwe, Zixi, während des Boxeraufstandes aus der Verbotenen Stadt, die im folgenden Jahr wiederum von ausländischen Mächten besetzt wurde. Nach der Seinhai-Revolution dankte der letzte Kaiser, Puyi, 1912 ab. Er lebte nach seiner Abdankung mit seiner Familie noch eine Weile in den chinesischen Kaiserpalästen. 1924 mussten sie schließlich die Verbotene Stadt verlassen und die Tore wurden für die Bevölkerung geöffnet. Während andere Monumente während der Kulturrevolution von den Roten Garten geplündert oder gar zerstört wurden, blieb die Verbotene Stadt verschont. Da sie durch bewaffnete Kräfte der Volksbefreiungsarmee gesichert wurde, Anlage. Der gesamte Baukomplex hat eine Grundfläche von 720.000 Quadratmeter und eine bebaute Fläche von 150.000 Quadratmeter. Auf dem Gelände befinden sich 890 Paläste mit unzähligen Pavillons mit 8886 Räumen. Einer Legende nach sollen es eigentlich 9.999 und ein halb Räume sein. Der halbe Raum hat symbolischen Charakter. Danach durfte nur der Himmel einen Palast mit 10.000 Räumen besitzen, daher mussten sich die Söhne des Himmels mit 9.999 und ein halb zufrieden geben. Die Gebäude wurden auf Weißen. Von Balustraden gesäumten Marmor-Terrassen errichtet und haben geschwungene Pagodendächer in der kaiserlichen Farbe gelb. Die Mauer der verbotenen Stadt ist 10 Meter hoch und 3428 Meter lang sowie von einem 3800 Meter lang, 52 Meter breiten und 6 Meter tiefen mit Wasser gefüllten Graben umgeben. In jeder Himmelsrichtung befindet sich jeweils ein großes Tor mit einem Turm und an den vier Mauerrecken steht jeweils ein Eckturm. Der Haupteingang ist das Mittagsdor oder auch Fünffönichsdor. Züchingscheng ist in den inneren und äußeren Hof aufgeteilt. Der äußere Hof liegt im Süden und war der offizielle Bereich. Von hier aus wurde in verschiedenen großen Hallen, wie beispielsweise die Halle der Mittleren Harmonie und die Halle der Wahrung der Harmonie regiert. Das Tor der Höchsten Harmonie wird wie viele der Palasttore von zwei Bronze Löwen bewacht, die die Stärke der kaiserlichen Macht versinnbildlichen. Und führt zur Halle der Höchsten Harmonie. Diese 1420 erbaute, 35 Meter hohe und 2400 Quadratmeter große Halle wird von 24 Säulen getragen. Der Drachenthron steht mitten im Raum. Der Thron wird von zwei Elefanten, die den Frieden symbolisieren, bewacht. Benutzt wurde die Halle zur Thronbesteigung eines neuen Kaisers, zu Feierlichkeiten beim Geburtstag des Herrschers zum neuen Jahr. Zur Wintersonnenwendefeier, zur Bekanntgabe der Kandidaten, die die kaiserliche Beamtenprüfung bestanden hatten oder zur Nominierung der Generäle. Wenn ein Feldzug bevorstand, hier wurden also die wichtigsten Zeremonien der Kaiser abgehalten. Krönungen, Trauungen und die Verleihung von Titeln an hohe Beamte. Im inneren Hof, dem Neiting, bestehend aus drei Palästen, dem Gia-Ota-Idean und dem Kuningang, lebten die kaiserliche Familie und der Hofstaat. Hunderte Hofdamen und die Palast-Einuchen. Nördlich vom Palast der irdischen Ruhe lag der kaiserliche Garten. Außerdem gab es viele weitere Paläste, Pavillons und kleine Innenhöfe mit Bereichen für die Kaiserin, die Konkubinen, den Kaiser, wenn er fastete. Den Kaiser, wenn er allein sein wollte, das Tor der göttlichen militärischen Begabung ist das nördlichste Tor des ganzen Kaiserpalastes. Früher gab es im oberen Teil des Torturms eine Trommel und eine Glocke, die den Palastbewohnern die Zeit mitteilte. Im Film, in dem Spielfilm Der letzte Kaiser ist die verbotene Stadt Schauplatz der Geschehnisse. Die Dokumentation in der Regie von Bing Zetou und Huanxu Inside the Forbidden City zeigt Aufnahmen zur Geschichte der Sammlungen und den Renovierungsarbeiten in den 1950er und 2000er Jahren. Zum Beispiel auch die zweijährige Produktion der speziellen Tonziegel in der Halle der höchsten Vollendung. Der Goldziegel und der Deckengemälde des Ruhestandspalasts oder die Entdeckung von über 3000 tibetisch geschriebenen buddhistischen Dokumenten im Dachstock eines taoistischen Tempels Im Film Karate Kid macht die Hauptperson einen Ausflug in die verbotene Stadt. In den Filmen Der Fluch der goldenen Blume, Shanghai Nun und Shanghai Nights ist die verbotene Stadt ebenfalls zu sehen. Punkt Die verbotene Stadt heute Die verbotene Stadt beherbergt heute das Palastmuseum Peking und ist eine beliebte Touristenattraktion. Bis zu den Olympischen Spielen 2008 wurde sie umfassend restauriert. Die Ausstellung The Emperor's Private Paradise Treasures from the Forbidden City fand im Jahre 2010 im Peabody Essex Museum in Salem, Massachusetts statt und zeigte 90 bedeutende Zeremonial und andere Objekte aus dem versteckten Gartenhaus. Das sich Kaiser Qianlong im 18. Jahrhundert in der verbotenen Stadt errichten ließ. Die meisten der Objekte kamen erst ans Licht der Öffentlichkeit als die Restaurierung durchgeführt wurde.